In dem heutigen Video erkläre ich dir ganz einfach, was Kommentare in der Programmierung sind und wie du diese in Swift schreibst. Mein Name ist Nico und wir fangen auch direkt an. Zuerst einmal, was sind Kommentare? Wie der Name Kommentar schon sagt, ist ein Kommentar da, um Quellcode zu kommentieren. Wir können also noch Bonusinformationen an unseren Quellcode ranschreiben, den der Compiler oder Interpreter ignoriert. Wenn ihr schon mal ein Swift-Projekt angelegt habt, dann wird hier oben auch immer standardmäßig ein Kommentar angelegt. Hier können wir jetzt irgendetwas reinschreiben und der Compiler ignoriert diesen Code und es verändert sich nichts an der App. Wie ich schon gesagt habe, sind Kommentare normalerweise da, um Quellcode zu kommentieren. In dem Falle kommentiert jetzt hier oben dieser Header-Kommentar, in welcher Datei wir uns befinden, in welchem Projekt wir uns befinden und von wem und wann diese Datei erstellt wurde. Wir können jetzt hier natürlich auch noch weitere Sachen reinschreiben, zum Beispiel für das YouTube-Video. Wir können natürlich auch einfach neue Kommentare in einer neuen Zeile hinzufügen. Wie wir hier schon sehen, das funktioniert einfach mit zwei Slashs. Das heißt, ich kann an eine beliebige Stelle gehen, zum Beispiel hier. Mache zwei Slashs und schreibe jetzt, das ist meine Profil-View. Sobald man ein Slash schreibt, ist ab dieser Stelle der komplette Code auskommentiert. Ich kann das natürlich auch mittendrin ein Slash schreiben und jetzt hier etwas schreiben. Der Quellcode davor wird dann nicht auskommentiert, aber alles das, was danach kommt. Das heißt, wenn ich jetzt hier in die erste Zeile gehen würde und ein Slash schreiben würde, würde er auch hier das alles auskommentieren. Und wir bekommen einen Syntaxfehler, weil da jetzt etwas vom Code fehlt. Wir können aber auch ganze Blöcke auskommentieren. Das machen wir mit einem Slash-Sternchen, Sternchen und dann wieder ein Slash, was gerade Xcode automatisch einführt. Und hierzwischen können wir jetzt auch Code schreiben zwischen den beiden Sternchen. Und alles, was hier drin steht, wird immer auskommentiert. Wir können das sehen, hier das Ganze wird ignoriert. Und hier könnt ihr jetzt Texte reinschreiben, um zum Beispiel meinen Quellcode zu dokumentieren. Ich kann aber auch Kommentare benutzen, um meinen bisherigen Code auszukommentieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einmal hier in unserer View die Top View nicht mehr sehen möchte, kann ich diese auch einfach auskommentieren. Und ich kann mir einmal die View dann ohne die Top View anschauen und das Ganze relativ einfach wieder rückgängig machen. Das kann schon mal praktisch sein, wie ich jetzt gerade in dem Beispiel Quellcode löschen möchte. Ich mir aber noch nicht sicher bin, ob ich ihn wirklich löschen möchte oder ihn noch lesen möchte für eine temporäre Zeit. Noch als kleinen Bonus-Tipp für Kommentare. Wir können uns auch Kommentare auf der Minimap ausgeben lassen. Die Minimap sehen wir einmal hier. Wenn ihr die Minimap nicht seht, könnt ihr die hier oben über den Button einschalten und einmal hier Minimap auswählen. Dann könnt ihr die einblenden, falls die bei euch noch nicht sichtbar ist. Die ist schon mal sehr praktisch, um zu sehen, wo man sich befindet. In großen Views kann es trotzdem schon mal unübersichtlich werden. Dabei kann aber ein markierter Kommentar Abhilfe schaffen. Dafür schreibe ich Slash Slash, ein Mark, was in Caps geschrieben ist und ein Doppelpunkt. Jetzt kann ich dir etwas hinschreiben. Ich bin in Zeile 40. Und das wird jetzt auch auf der Minimap ausgegeben. Ich bin in Zeile 40. Jetzt habe ich dir einmal ganz einfach erklärt, was Kommentare sind und wie du diese in Swift schreiben kannst. Ich muss dich aber auch leider direkt enttäuschen. Das nächste Video, was rauskommt, das geht nämlich genau darüber, warum man keine Kommentare schreiben sollte. Wenn dich das interessiert, warum man eigentlich keine Kommentare in der Programmierung schreiben sollte, schau dir gerne dieses Video an. Mein Name ist Nico und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.